hallo und herzlich willkommen bei red of gamble ich bin auf dir ein ticket und heute habe ich das spiel liefste zweifers zombie pvp shooter ja ich habe sie schon heruntergeladen ich glaube das spiel habe ich auch noch gar nicht gehabt ich kenne das bei euch gar nicht auf jeden fall ist es ein shooter aber wenn es ein pvp shooter ist warum ist es dann ein ein zombie shooter naja werden wir sehen ach das geht nicht nein nicht den gleichen fehler machen wie gestern das ist das spiel das habe ich doch schon einmal gespielt ja das war mit dem helikopter erst abgestürzt aber ich glaube das ist nicht mehr mein account oder doch könnte doch sein na gut dann legen wir mal los ich habe mir gerade hier das code abgeholt hier ist ein video anschauen das wollte ich jetzt nicht machen ein hund ist da auf den hund mal drücken nein den wollen wir auch nicht kaufen klang gründen meine einladungen einladungen naja da brauche ich jetzt auch nicht ein shop ist da unten sturmgewehr Oh ja. Kannst du uns öffnen? Oh. Ich will hier. Oh. Nein. Nicht für die. Gut. Gut, dann wollen wir erstmal zum Kampf gehen, wie ging das nochmal, Kampagne, den ersten habe ich ja schon, abbrechen, so, 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 Gold habe ich nicht, okay, ich brauche noch die eine Waffe, na super, so, 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 go, 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 go Danke. Was? Komm, hier, Ecke. Der Kopf ist weg. Du bist verletzt. Ja. Wie soll ich denn? Wann? Ach so. Ach so. Ach so. Du bist verletzt. Ja. Ach. Scheiße. Multikill. Hallo, Freund. Boah. Okay. Zu den kann ich noch nicht hin. Das ist kein Problem. Das waren jetzt zwei Runden. Belohnung abholen. Abholen. Aufwerten. Okay. Nochmal aufwerten. Okay. Und. Nochmal aufwerten. Gleich nochmal aufwerten. 565 habe ich noch. Neuer Gegenstand. Eine Person ist ein Gegenstand? Was? Was? Das war viele Personen. Na gut. Und da ist schon mal 5. 565. Das ist etwas. Äh. Erdbeeren holen. Aufwerten. Beschleunigen. Okay. Da oben leuchtet es. Ah. Was soll ich denn bauen? Oh. Ich habe es fertig. Das Spiel. Ja. Ich habe noch zwei Sachen hier frei. Wo ich was bauen kann. Aber ich weiß nicht welches von den beiden. Eine Waffenkammer oder eine Fabrik? Und da ist. Ah. Dann mache ich hier die Fabriken. Oder. Beim Ausfahrt die Waffenkammer besser. Dann. 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 Dann kommt. Dann kommt hier die Fabriken. Und. Und hier die Waffenkammer. Ah. Ich bin zurück. Ich will jetzt nicht mehr kämpfen. Ne, ne, ne. heute nicht mehr. So. Und. Fertig. Oh, jetzt ist PVP freigeschaltet. Ich weiß noch mit dem Helikopter, wo ich lang geflogen bin und dann aus dem fliegenden Helikopter schießen musste. Das war schlimm. Ja, dann möchte ich jetzt, dass ich PVP mache, ich kann nicht abbrechen. Dann schauen wir uns noch einmal eine PVP-Runde an, ich denke mal, das wird nicht so lange dauern, wenn ich spiele, weil, welcher will ich denn hier? Das war's. Erstmal so zielen. Okay. Das ist gut, dass man weiß genau, wie sie hochkommt. Deswegen könnte ich dort zielen. Okay. 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 Das ist halt PvP-Runde. Das ist jetzt auch nicht so der Burner. Ja. Also Grafik finde ich das Spiel schon richtig top. 1, 1, 1, 1. Welcher war ich jetzt eigentlich? Welcher bin ich von den ganzen... Egal. Belohnung abholen. Ich habe gewonnen. Gut. Und das war jetzt alles. PvP-Runde haben wir gesehen. Einmal Runde. Und... Ja. Ich glaube sonst gibt es ja nichts. Später gibt es noch hier Basis... Überflug. Keine Ahnung was das ist. Quest abholen. Ah. Na gut. Okay. Ich werde jetzt das hier beenden. Und mein Ticket holen. Und... Ja. Danke fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Und auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Ciao.